Umgeben von machtbesessenen Gegnern, zerrissen zwischen Leidenschaft und Pflichtgefühl. Hungrig nach Wissen und Gerechtigkeit geht eine starke Frau ihren Weg durch die dunklen und bedrohlichen Tage des 9. Jahrhunderts. Als das Schicksal sie dazu zwingt, sich fortan als Mann auszugeben, wird das undenkbare Wirklichkeit. Eine Frau wird in Rom zum Papst ernannt. Liebe oder Bestimmung? Sie muss sich entscheiden. Sie ist die Päpstin. Jetzt seh' ich glaub. Das ist mein Leben, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich.